was geht ab am ostbahnhof ich glaube ich jetzt mit zumindest hat die vielleicht auch schon ich habe das mal mitgenommen falls irgendwas geht dann können wir das schon mal drehen weil ich auch video material ansonsten wöchentlicher blog und wir gehen einkaufen weil bagish gibt einen aus er hat uns alle eingeladen für eine kleine feier eine kleine feier also nicht wirklich eine feier leute es wird immer noch auflagen aber er gibt einen aus erzahlt alles ihr wisst was ich meine es sind die üblichen verdächtigen also keine feier ich betone keine feier oh mein gott was geht das klar vormals ja das stimmt bei dir ich wollte uns hören gib dir ein like weite jetzt kannst du es auch machen kleine überraschung oh mein gott das seht ihr in einem separaten video wir testen ein paar insekten wird schon geil glaube ich ja die sind ja nicht wo die sind gewürzt und so also wird ja nicht so schlimm sein alle geröstet gewürzt also ja saftigen geschmack also checkt gerne das video dann ab tada erstmal frohe weihnachten leute also wenn ihr das seht ist donnerstag weihnachten passend dazu natürlich eine box am start vom weihnachtsmann aka luchas diesmal grüß du hast die ähre wie immer link ist in der beschreibung ansonsten schöne feiertage leute wie gesagt sonntag treffen uns statt scannen beim livestream vorbei alles geht auf barisch er hat ein bisschen ausgekirscht krypto abenteuern weihnachtsfeier auf barisch oh mein gott ganz geil fängt schon geil an rick und martin mann um mein gott ich kenne die sogar ich habe jetzt angefangen also auf facebook gibt es immer diese kurzen clips ja und da habe ich die immer jetzt gesehen die sind sehr lustig sehr sieht echt geil aus also zumindest von den clips die ich bisher gesehen habe glaube ich echt mal ein geschmack also habe ich mir mit meinen kindern angeschaut echt jetzt ist doch nicht eigentlich nicht so ohne kinder sehr gut ja das ist doch eher so simpsons mäßig so aber trotzdem so ein bisschen bisschen geht schon weil irgendwann mal schauen sie es sowieso an so was erkennt man da so wie heißt es dieses dieses was im mund so ja pricke aber kauf gemäßes glaube ich oder candy eine karte ich glaube das krasse kommt das jetzt hier postkarte ja merry christmas oh mein gott assassin's creed man oh mein gott ein assassin's creed malbuch oh mein gott ernst geil das ist richtig geil alter schon geil schon geil nice so und jetzt kommen wir hier zu einem ganz späschlichen ding hier oder wie krass ist das denn verpackt sag nicht das ist ein joker bademantel irgendwie so ein feast ding auf jeden fall irgendwie so ein feast ding auf jeden fall hast du eine decke oder ja ok oi krass aber schon geil kann man das sehen ja kann man sehen schon nicht schlecht boah das ist echt heftiges motiv eigentlich geiles teil alter der joker du tschest war wieder eine geile box vielen dank wir gehen jetzt einkaufen alter ihr wollt gar nicht wissen wie ab normal die schlange ist und wir haben gerade so geredet eigentlich brauchen wir gar nicht viel wir werden wir werden dann was zu essen bestellen ein zwei bisschen was trinken aber nicht jeder von uns nicht viel also stellen wir uns jetzt eigentlich nur an für chong und seinen sekt seinen besonderen sekt nur deine big man egal ich krieg den auch schau mal doch ja natürlich nach dem anstehen wird der auf jeden fall getrunken jawohl die gehörst du nebenbei den döner von dir schau mal hier schleich dich kein döner und kein sushi für mich und kein bubble tea davon habe ich genug so endlich geschafft bisschen was eingekauft sponsert bei bagish magisch wenn du das siehst danke dir mein Gott fotte so paar kleinigkeiten für sonntag kleiner snack für mich jetzt super saftig Testen wir mal an. Kein Vorgeschmack da noch. Richtig gefällt. Das ist richtig strange. Ich hab's nicht geschmeckt. Und One Piece Kartensit. Da haben wir letztes damit gespielt. Das haben wir gerade gegessen. Wie gesagt, check das Video dann ab. Schau mal was hier steht alles. Das ist hier so der Vergleich von diesen Insekten zu Fleisch und so. Weniger Kalorien. Weniger Fett. Das ist absolut die Zukunft. Ohne Scheiß. Ja. Der ist rechts hoch. Saftige Schroppel. Wir haben uns noch ein bisschen her. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Eine Vorspeise. Wir haben uns noch was Saftiges bestellt. Ja. Wir tun das irgendwann für Sonntag noch. Für die anderen können gerne testen die Jungs. Genau. Am Sonntag. Oh yes. Verzeih. Oh mein Gott. Kennt ihr das? Wenn ihr was zu schauen sucht. Zum Essen. Und währenddessen habe ich schon fast aufgegessen. Es ist schon kalt. Also schau mal auf. Am besten schaut ihr einfach unsere Videos während ihr esst. Dann habt ihr das Problem nicht so wie wir gerade. Wir haben hier Ellen Harper. Ja komm. Wie geil das es sich gerade fühlt. Ohne ist richtig verkrampft hier. Erstens muss man ihn lockern. Hone macht locker. Schauen wir es nach rechts. Oh ok. Dann bleiben sie doch einfach noch ein bisschen hier. Oh vielen Dank Marge. Wir werden auf der Parade sein. Wir genießen ein langsamer Fahren. Das Leben kann sehr schnell den Bach untergehen. Oh mein Gott. Kannst du den Hund nicht mehr? Geil oder Hund? Nein. Er braucht immer noch Hilfe. Wir müssen ihn bleiben lassen. Das würde Dr. King auch von uns erwarten. Geil oder Hund? Oh Mr. Harper. Sie haben magische Finger. Ich gebe Bescheid Leute. Ich hoffe ihr seht mich. Das war's von mir und uns Leute für heute. Kleine Vorweihnachts-Chillrunde mit den Jungs. Wie gesagt Sonntag wollen wir ein kleines Treffen machen. Die üblichen Verdächtigen. Also nichts allzu besonderes. Aber Barge steht alle ein auf Getränke und Essen. Also gestreamt wird natürlich auch. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Ihr wisst Bescheid. Zieht euer Ding durch. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Je nachdem wann ihr dieses Video hier seht. Das war's von mir. Serious Business. Nicht vergessen. Fortschritte